Hi, in diesem Video zeige ich euch, wie effektiv mit Environment-Variablen arbeitet. Environment-Variablen bzw. Umgebungsvariablen sind konfigurierbare Variablen auf Betriebssystem-Ebene, die zum Beispiel Werte zu Pfaden oder Programmen, Daten oder auch Werte wie Username enthalten. Um sich die Umgebungsvariablen auf dem System anzugucken, muss man in einer Command-Line unter Windows Set eingeben und unter Mac und Linux Print Env. Dort solltet ihr jetzt eine Liste mit euren Environment-Variablen sehen. Wir erstellen mal ein fiktives Beispiel mit drei Environment-Variablen für eine MySQL-Datenbank mit Namen der Datenbank, Passwort und dem User. Und um das zu machen, können wir jetzt hier im Terminal eine neue Variable erzeugen. Ich bin unter Windows, deswegen muss ich das Ganze mit dem Set-Keyword machen. Wenn ihr unter Linux oder Mac seid, müsst ihr das mit dem Export-Keyword machen. Eine neue Environment-Variable setzt man unter Windows mit dem Keyword Set und unter Linux mit dem Befehl Export, ebenfalls unter Mac. Ich bin hier unter Windows, deswegen gebe ich hier Set ein und dann muss man einen Key-Value-Pair definieren. Und ich nenne das Ganze mal hier MySQL-User. Environment-Variablen schreibt man, wie jetzt hier gezeigt, immer groß, also den Key jedenfalls davon. Die Values kann man schreiben, wie man möchte. Dann hier, ganz wichtig, kein String oder irgendwas schreiben, sondern einfach nur den Wert dahinter. Und damit können wir jetzt eine Environment-Variable setzen. Ich nenne das Ganze einfach mal, einfach irgendwie, nennen wir das mal Standard-User. Und diesen Wert, den wir jetzt gesetzt haben, können wir jetzt in Python einlesen. Um diese Variablen einzulesen, gibt es den, würde ich sagen, sehr gängigen Weg über das OS-Module. Es gibt allerdings auch noch die Möglichkeit, das über die Pathetic Library einzulesen, die meiner Meinung nach deutlich besser ist. Wir schauen uns erst mal das klassische Modul OS an, wo wir jetzt das Ganze einlesen. Und das ist in der Standard-Library. Das heißt, wir können das Ganze über OS, also Import-OS einfach importieren. An die Environment-Variablen rankommen, tut man über OS-Environ. Und dann, das Ganze ist ein Dictionary. Das heißt, wir können das in Brackets hier schreiben. Dann müssen wir den Namen hier eingeben. Das ist dann MySQL und dann Unterstrich User. Und das können wir einfach mal printen. Und dann sehen wir, was wir jetzt hier rauskriegen. Python Main.py. Und jetzt sehen wir, wird uns der Wert, den wir vorher über die Set-Funktion gezeigt haben, hier in Standard-Auth wiedergegeben. Problem bei dieser Standard-Schreibweise ist, dass wenn wir zum Beispiel uns hier irgendwie vertippen und das Ganze irgendwie MySQL-Users nehmen, also einfach auf eine Variable zugreifen, die gar nicht existiert, dann kriegen wir einen Key-Error. Das heißt, wie beim normalen Dictionary ist es hier cleverer, die GET-Methode zu verwenden, statt diesen Brackets. Das heißt, OS.Environ.get. Und jetzt kriegen wir hier den Namen, also MySQL und dann Users. Wenn wir das jetzt wieder falsch eingeben, dann kriegen wir jetzt keinen Key-Error, sondern wir kriegen einen Default-Wert mit None zurück. Das heißt, diesen Default-Wert können wir auch als zweiten Parameter hier überschreiben. Und hier können wir dann zum Beispiel sowas eingeben wie irgendwie Test-User. Also das wäre jetzt der Default-Wert, sollte diese Variable nicht gefunden werden. Okay, machen wir das jetzt mal dann noch für den Datenbanknamen und auch das Passwort. Das heißt, das kopiere ich mal hier und ändere das durch Passwort und das durch DB-Name. Und hier schreiben wir mal irgendwie Secret als Default rein und hier schreiben wir mal gar nichts rein. So, wenn wir das ausführen, dann sollte ich, denke ich, klar sein, dass hier Test-User rauskommt. Hier Secret und hier dann eben DB-Name. Wenn wir das jetzt hier wieder fixen, dann kriegen wir jetzt hier Standard-User, weil diese Variable haben wir vorher über Set gesetzt. Secret wurde nicht gesetzt, geht also auf den Default. Hier haben wir kein Default, also wird der Standard-Default von None genommen. Statt die Variablen hier über das Set-Keyword zu setzen, gibt es auch noch eine Möglichkeit, ein Environment-File zu definieren. Der Standard-Name ist ein .end-File. Das heißt, hier braucht man keine weitere Änderung, aber dieses Punkt sagt, es ist ein Hidden-File. Und hier drin können wir jetzt die Werte, die wir über Set gesetzt haben, einfach so eintragen. Das heißt, zum Beispiel hier MySQL-User ist und dann nennen wir den jetzt hier Standard-User und den DB-Namen, also MySQL, oder machen wir erstmal das Passwort, ist irgendwie MySecret und MySQL-DB-Name ist Test-DB. Und jetzt sehen wir, wenn wir das ausführen, da tut sich noch nichts. Das heißt, wir müssen diese Variablen erst einmal einlesen. Dafür gibt es ein Python-Package, das nennt sich .env. Also installieren tut man das Ganze über pip install python-dot-env. Und jetzt können wir eine Funktion importieren, und zwar from-dot-env-import-load-env. Und diese Funktion müssen wir einfach ganz am Anfang in unserem File ausführen, beziehungsweise machen wir das mal hier. Führen wir das mal hier drunter aus und kopieren das einfach mal hier drunter. Und wenn wir jetzt das Ganze nochmal ausführen, dann sehen wir erstens Standard-User, Secret und None. Und hier beim zweiten Mal haben wir die Environment-Variablen geladen. Und hier sehen wir dann Standard-User, MySecret und Test-DB. Okay, das ist jetzt hier so die Standard-Methode gewesen, also das Ganze über OS-Environ einzulesen. Es gibt, wie ich finde, eben noch eine sehr viel elegantere Methode, und das ist mit der Library Podentic. Und da können wir jetzt ein neues Script schreiben, ich nenne es einfach mal alternative-dot-py. Und Podentic ist nicht in der Standard-Library, das heißt, das müssen wir installieren über pip install-podentic. Und mit Podentic machen wir das so, wir erben von einer Klasse, die müssen wir allerdings erstmal importieren. Also from-podentic-import-base-settings. Und mit dieser Klasse können wir jetzt definieren, wie unsere Environment-Variablen aussehen soll. Das heißt, wir definieren erst einmal eine eigene Klasse. Ich nenne diese einfach mal Settings und die erbt von den Base-Settings. Und dann können wir jetzt hier drin unsere Environment-Variablen definieren. Zum Beispiel MySQL-User. Wichtig hier, da müssen wir das Ganze nicht groß schreiben, sondern können es klein schreiben. Dann ein Doppelpunkt zur Type-Annotation. Das heißt, hier kontrolliert Podentic auch automatisch unseren Datentypen. Das heißt, hier kriegen wir nochmal einen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus, den wir über environment.get eben nicht kriegen würden. Und hier kriegen wir einen String. Hier werden wir das Ganze erstmal so lassen und noch die anderen definieren. Also MySQL-Password ist ebenfalls ein String. Und MySQL-Database oder DB-Name habe ich es genannt, ist ebenfalls ein String. Und jetzt müssen wir nur das Ganze instanzieren. Dann Settings und das ist eine Instanz von der Settings-Klasse. Und jetzt können wir theoretisch von Settings uns einzelne Properties printen, wie zum Beispiel eben das Passwort. Okay, füllen wir das mal aus. Python-Alternative.py. Okay, hier sehen wir einen Fehler. Und zwar, dass Podentic zwei Felder nicht erkannt hat. Und zwar hier das MySQL-Passwort und MySQL-DB-Name. Das heißt, Podentic macht hier eine automatische Typ-Validierung und wirft uns dann eben diesen Fehler. Um hier Default-Werte zu setzen, wie wir es vorher hier gemacht haben, also Komma und dann der Default, können wir das Ganze so machen, beschreiben wir ein istgleich und hier den Default-Name. Dann nennen wir das Ganze mal hier, wie wir es auch in dem genannt haben, Test-User. Und beim Passwort nennen wir das Ganze einfach mal Secret. So, jetzt sollten wir keinen Fehler mehr kriegen, weil den DB-Namen haben wir ja gesetzt. Ah, sorry, das war natürlich andersrum. Wir hatten den User gesetzt, aber nicht den DB-Name. Machen wir das mal hier raus und machen das so und nennen das irgendwie Test-DB. Und jetzt sollten wir keinen Fehler mehr kriegen. Genau, und jetzt sehen wir hier auch Secret, das heißt, das ist der Default, wenn wir das Ganze instanzieren. Wir können das Ganze wie vorher machen und hier ein Load-Env ausführen. Das heißt, das kopiere ich mal hier rein und führe das Ganze dann aus. Und wenn wir das Ganze jetzt nochmal ausführen, dann sehen wir hier, das ist MySecret. Und statt jetzt hier alles einzeln aufzurufen, können wir auch Settings in ein Dictionary konvertieren. Das heißt, wir machen das so, Settings ist Settings und dann füllen wir hier die Dictionary-Methode drauf aus und printen einfach nur das komplette Dictionary. Und wenn wir das ausführen, dann sehen wir, kriegen wir unsere Environment-Variablen schön in einem Datentypen eben in einem Dictionary zurück. Also ich finde es sehr praktisch. So, ich habe ja gesagt, wir kriegen von Pedentic noch automatische Typ-Validierung mit. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt hier eingetragen, dass unser Passwort irgendwie ein Integer sein soll. Und haben jetzt hier mal keinen Default drin. Wenn wir das versuchen zu instanzieren, dann sehen wir, Value is not a valid Integer. Und das liegt daran, dass in unserem Endfile hier das Passwort MySecret ist und hier das Passwort eben ein Integer erwartet. Das heißt, würden wir das Passwort in zum Beispiel 500 tauschen, hätten wir jetzt hier den korrekten Datentypen. Und wir würden das Ganze korrekt zurückbekommen. Das heißt, wir kriegen im Gegensatz zu hier eben auch noch automatisch eine Typ-Validierung von Pedentic mit. Pedentic bietet uns außerdem noch eine Möglichkeit, dass wir das Ganze hier loswerden und einfach das Endfile direkt mit angeben. Das werde ich mal löschen. Und um das zu machen, muss man innerhalb von der Settings-Klasse jetzt eine neue Klasse definieren, also eine Subclass. Und die muss auch config heißen. Und hier drin können wir jetzt weitere Key-Value-Pairs definieren. Und unter anderem hier dieses Endfile. Also Endfile müssen wir jetzt auf den Namen von unserem Pfeil setzen. Hier gibt man dann den Pfad zu dem Endfile an. Und wir sind ja hier auf der gleichen Ebene. Das heißt, wir geben einfach Punkt Endfile an, kriegen unseren Pass, unseren relativen Pfad hier rein. Dann können wir außerdem noch so etwas definieren, wie zum Beispiel Endfile und Encoding. Und hier könnten wir zum Beispiel sagen, dass wir unser File utf8 kodiert haben. So, wenn wir das Ganze nochmal ausführen, dann sehen wir, das Ganze funktioniert wie vorher. Wir müssen allerdings das Ganze nicht mehr über diese Load-End-Funktion hier reinladen, sondern verwalten auch unser Endfile eben direkt in unserer Settings-Klasse. Okay, damit wären wir auch am Ende von diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet sehen, was für Vorteile Base-Settings von Pedantic bietet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da und natürlich auch gerne ein Abo. Bis dann!